Föller, Kirsten und Basler sind gestorben und kommen alle zusammen an der Himmelspforte an. Gott nimmt sie in Empfang und sagt, alle, die ein gutes Lebenswerk hinter sich haben, können in den Himmel. Sag mir, Rudi, was du geleistet hast. Rudi, ich war immer ein gutes Vorbild für die Jugend. Gott, okay, geht in Ordnung. Und was ist mit dir, Ulf? Ulf, ich habe viele Mannschaften vor Blamagen bewahrt. Auch das war okay und nun war Mario an der Reihe. Sag mir, mein Sohn, erstens, bin ich nicht dein Sohn? Zweitens, geht dich das gar nichts an, was ich da unten so rumgetrieben habe? Und drittens, runter von meinem Platz!